Servus Inka-Sippe, willkommen bei Cyberpunk 2077 mit Inka Gaming TV und der Bronze Trophäe Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen mit dem Breach-Protokoll beschäftigt. Ansonsten könnt ihr hier auf das Info-Button klicken und ihr werdet zu einem Video weitergeleitet, was es denn mit dem Breach-Protokoll so auf sich hat und wie es funktioniert. Ihr seht hier die Sequenzen und auf der rechten Seite sind quasi die Boni, die ihr damit bekommt. Das sind quasi die drei Demons, die ihr freischalten könnt und für diese Trophäen müsst ihr alle drei Demons freischalten bzw. ins System speisen. Das sieht jetzt einfach aus, ist es aber gar nicht so, deswegen schaut euch das Video zum Breach-Protokoll an, damit es euch gelingt. Ein bisschen Glück braucht ihr natürlich auch. Einfacher ist es für euch, je höher eure Intelligenz wert ist, desto einfacher werden auch die Breach-Protokolle mit der Zeit. Die Frage ist, ob es eurer Skillung auch hilfreich ist oder ob ihr eigentlich einen ganz anderen Charakterzug levelt und gar nicht unbedingt auf Intelligenz gehen wollt. Wir freuen uns über euer Feedback. Ansonsten bis zum nächsten Video.